Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und wie jeden Sonntag gehe ich mal wieder Brötchen holen, heute mit neuer Mütze, weil es einfach 11 Grad sind draußen. Und ihr seht nichts los in den Straßen. Ein bisschen Scharfstellen. Nothing. Und ja, wir haben jetzt glaube ich immer so gegen 10 Uhr ein bisschen ausgeschlafen und ich hoffe ihr habt auch gut geschlafen. Dann, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.